Heute ist der schlauste Mensch von ganz YouTube-Deutschland da. Ich kann gar nicht glauben, dass er da ist, denn ich gucke mir fast jedes einer Videos an und ich kann mir das nicht nur anhören, sondern muss es auch sehen. Das ist das Einzige. Und du bildest mich die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn, ich lese ja nicht gerne, sondern ich gucke ja gerne deine Videos. Und ich habe mir überlegt, wie machen wir denn so eine Folge? Was können wir denn mal machen? Und normalerweise machen wir ja mehr Folgen und ich glaube, wir machen es immer so, wir versuchen am Anfang ein bisschen Mehrwert zu geben und den anderen zu helfen. Wie die sich selbst überlisten können, denn du hast ja ein Buch geschrieben, sieht man hier, kauft das halt, naja. Gibt es auch als Hörbuch, also ich lese es natürlich nicht, aber ich habe es gekauft, dass man sieht, dass ich wohl auch was lese, wenn ich es dann gehört habe, das ist immer so mein Ding. Und dann habe ich so ein paar politische Fragen an dich. Ja, wenn du die beantworten willst. Ich weiß noch nicht, ob ich die ohne meinen Anwalt beantworte, aber das gucken wir uns mal an. Weil ich glaube, das Problem ist, Politik habe ich nicht so viel Ahnung. Ich habe halt Ahnung von Gesundheit und so ein paar Sachen wie Inflation und so. Da glaube ich, ich weiß nicht, ob du Bock drauf hast, da kann man ja kurz mal drüber sprechen. Das Gute ist, Inflation ist ja keine Politik, sondern das ist ja Wirtschaft. Also da bin ich schon eher zu Hause. Ja, super. Super. Du bist ja nämlich, dann stelle ich dir mal vor, du bist Professor für Finance, also kannst du mich reich machen. Ja, in der Tat. Professor für Finance ist erstmal das Richtige. Ich meine, die meisten kennen mich ja für Spieltheorie. Das ist einfach eine Entscheidungstheorie. Also wie trifft man richtige Entscheidungen? Wie denkt man strategisch und solche Sachen? Das ist das, was ich da immer mache. Die heutige Finance-Theorie beschäftigt sich auch die ganze Zeit damit. So kann ich dich reich machen? Es ist schlimmer. Ich kann dir sagen, dass das nicht so ohne weiteres geht. Denn im Gleichgewicht versucht das natürlich jeder. Und wenn es jeder versucht, heißt das ja, es kann keiner mehr. Das ist diese Idee von der Markteffizienz. Okay. Markteffizienz. Ja, nennt sich Markteffizienz. Also die Idee von der Markteffizienz ist, wenn alle die ganze Zeit danach streben, das für sich selber bester rauszuholen. Und einer kriegt eine neue Information. Dann ist diese neue Information auch praktisch unmittelbar in den Preisen mit drin. Du brauchst nur die Preise zu beobachten, um eigentlich alle Informationen über den Markt zu haben. Oder die es auf dem Markt gibt. Es gibt eine einfache Metapher. Also stell dir vor, hast du schon mal einen 20-Euro-Schein irgendwo gefunden? Nee, so viel Glück hatte ich noch nie. Hast du mir überlegt, woran das liegt? Das liegt nicht daran, dass die nie verloren werden. Also natürlich passen wir auch auf. Manchmal verlieren wir aber schon das ein oder andere Geldstück oder vielleicht was anderes auch so wertvoll ist. Dass du die nie findest, liegt daran, dass immer schon einer vor dir da war und das Ding schnappt. Oder weiß ich, wenn irgendwo ein Parkplatz neu auftaucht in Frankfurt. Ich habe gesehen, hier ist das ein bisschen anders. Aber wenn in Frankfurt ein Parkplatz auftaucht, kann man sicher sein, der Nächste, der vorbeikommt, wird dort reinfahren. Und das ist diese Idee von der Effizienz. Also die Information, da war gerade ein Parkplatz, ist sozusagen unmittelbar mit reingekommen. Also so wie ich die Markteffizienz-Theorie verstanden habe, kann es ja gerne korrigieren, ist es, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, auf Aktien zu spekulieren, weil jede Information ist schon eingepreist. Zum Beispiel bei, was war das, habe ich mal ein Video gesehen, bei dem Ukraine-Kriegseintritt, haben auch ganz viele Leute gesagt, ja, wir wollen jetzt irgendwie Rüstungssachen kaufen. Aber ich meine, es war auch da schon eingepreist. So direkt danach war es schon eingepreist. Ja, viel zu spät. Also immer dann, wenn wir als Amateur-Privatanleger irgendeine Information zu bekommen glauben, sind natürlich schon Tausende vor uns gewesen, mit wesentlich mehr Geldmitteln, die schon lange diese Information hatten, korrekt ausgewertet haben und damit schon lange reingegangen sind. Also ich finde das immer witzig, dass wenn Leute in Zeitungen irgendwas lesen, oder so ein Anlegermagazin oder sowas, ja ganz toller, heißer Tipp, und dann ist das Ding irgendwie zwei Wochen vorher geschrieben worden. Dass die dann allen Ernstes glauben, man könnte nach zwei Wochen immer noch mit so einer Information irgendwie das Verbrauch holen, und das finde ich schon grotesk als Idee. Finde ich total spannend. Ja, okay, gut. Dann habe ich es ja richtig verstanden, die Mark-Effizienz-Theorie. Okay, was ist die Spiele-Theorie? Oder Spiel-Theorie? Gibt es da wohl einen Unterschied? Ja, ein guter Punkt. Das erklären muss man aber nicht. Da hast du ja gerade noch die Kurve gekriegt. Ich weiß, ganz viele sagen Spiel-Theorie. Die gibt es auch, aber das ist eine andere. Also es gibt eine pädagogische Spiel-Theorie, die sich damit beschäftigt, wie kann man eben Spiele in der Pädagogik einsetzen. Es gibt auch eine Spiele-Theorie, die sich beispielsweise damit beschäftigt, wie konstruiert man denn erfolgreiche Spiele, Spiele, die Spaß machen, also die man verkaufen kann, Gesellschaftsspiele oder auch Computerspiele. Das ist die Spiele-Theorie mit E in der Mitte. Und die Spiel-Theorie ist eigentlich was ziemlich Trockenes, nämlich eine mathematische Entscheidungstheorie, die sich fragt, wie verhält man sich denn eigentlich in Spielsituationen optimal. Und die Besonderheit von der Spielsituation ist immer die, dass man selber zwar weiß, was man will, aber man leider das Ergebnis nicht alleine beeinflussen kann, sondern mindestens ein anderer Spieler hat auch noch Einfluss darauf, wie wir es von Schach oder Monopoly oder sowas kennen. Und der versucht natürlich für sich das Beste rauszuholen. Und diese Konstellation, das ist das, womit sich die Spiel-Theorie, also ohne dass E in der Mitte beschäftigt. Und das ist halt ursprünglich eine mathematische Theorie. Du sagst es ja so trocken mathematisch, aber letztendlich geht es ja darum zu verstehen, warum die Leute sich so verrückt entscheiden, wie sie sich entscheiden. Oder rational entscheiden. Ja, also manchmal ist es so, dass man auf den ersten Blick sagt, das ist aber verrückt, was die machen. Und dann ist es oft so, dass wenn man genauer darüber nachdenkt, man feststellen muss, naja, so verrückt ist das gar nicht. Sondern es gibt schon gute Gründe dafür, dass sie das so gemacht haben. Und die sieht man aber nicht gleich. Oft ist es auch so, dass wir bestimmte Dinge in bestimmten Konstellationen unterschiedlich bewerten. Also zum Beispiel kurzfristig anders bewerten als langfristig. Die Tüte Chips. Ja, die Tüte Chips ist sowas Schönes. Wobei ich jetzt gar nicht so viel auf den Chips rumreiten möchte. Es ist gar nicht so viel Chips. Ja, die Seilstange. Und manchmal ist es auch so, dass wir zum Beispiel lokal optimieren. Also dass ein Spieler einfach sagt, aber ich möchte halt gerne was rausholen. Und nicht so viel darüber nachdenkt, wie gut oder wie schlecht das für das Kollektiv ist. Das ist eine häufige Konstellation, die wir haben, dass einer durch seine Entscheidung etwas für die anderen verschlechtert und damit das Gruppenergebnis insgesamt halt auch verschlechtert. The tragedy of common. Und das ist das klassische Beispiel dafür. Das ist diese Dilemma-Situation, die du gerade angesprochen hast. Also Dilemma heißt immer, es gibt eine Strategie, die für den einzelnen Spieler optimal ist. Also dominant, wie wir so schön sagen. Und es gäbe eine andere Strategie, die dafür sorgen würde, dass das Gruppenergebnis maximiert wird. Und es ist vollkommen klar, bei einer Dominanz, und dass ich jetzt erklären möchte, was das ist, das erkennen wir Menschen normalerweise sehr schnell, was Dominanz ist und verhalten uns unmittelbar danach. Und damit lassen wir Gewinnmöglichkeiten, die es gibt, praktisch auf der Straße liegen. Also ich mache das gerne, wenn ich irgendwo Vorträge halte, dass ich das auch als ein Spiel vorführe. Sage ich den Leuten hier was auf, ihr könnt hier virtuelle Gummibärchen investieren. Früher habe ich echte Gummibärchen ausgeteilt, das ist ja heute viel zu ungesund. Finde ich total gut. Nehm mir virtuelle Gummibärchen. Wieso teilst du keine Äpfel aus? Oder Erdbeeren oder so. Ja, haben wir uns auch mal gemacht, sage ich dir gleich was dazu. Also jedenfalls gibt es diese virtuellen Gummibärchen und die kann man eben investieren in ein verdammtes Lohnendes Investitionsprojekt. Und wenn man hier die Rahmenbedingungen falsch gestaltet, kann man sehen, dass die Leute es nicht machen. Also die sehen, dass es ein gutes Investitionsprojekt wäre, hätten das auch gerne, machen aber plötzlich einfach nicht mit. Und übrigens ganz kurz zu der Sache, wir haben das tatsächlich auch mit beispielsweise Äpfeln oder Orangen gemacht. Den kann man aber nicht so gut klein teilen. Also Gummibärchen sind besser, weil man da halt variable Auszahlungen mit erreichen kann. Aber wir haben beispielsweise Äpfel versteigert oder Äpfel handeln lassen. Also zum Beispiel der Hälfte des Hörsalz einen Apfel geschenkt und dann diese Äpfel traden lassen. Weißt du, was ich daran sehe? Die Stückelung. Das ist besonders gut in Zeiten, wenn zum Beispiel Lockdown ist oder so, dass man da die Klopapierrollen... Nur ist nur eine Klopapierrolle vielleicht nicht so wahnsinnig inzentivierend zu normalen Zeiten. Für die Nutzer, die das nicht verstehen, du hast mal so ein Video gemacht und hast gesagt, dass das Hamsterkäufer rational sind und dass die Klopapierrollen sehr, sehr strategisch sinnvoll sind, weil sie eine kleine Stückelung haben. Es ging dann nämlich darum, dass man Gold nicht kaufen sollte, weil Gold ist ja nicht stückebar, sondern entweder Silber. Aber bei Silber ist ja das Problem, dass wir sind jetzt in einem Kriegsfall, dass du dann beklaut wirst, aber Klopapierrollen scheint ja rational zu sein. Das fand ich sehr, sehr witzig wegen der Stückelung. Ja, wobei, das ging ja auch hervor aus dem Gespräch, was sie hatte mit einem, der sich also in der Krise einfach auch mal selber so erlebt hatte und der hat eben schon das bestätigt. Der hat gesagt, ja, Klopapier ist ein gutes Handelsmittel, weil man eben so kleine Einheiten damit haben kann, dass man auch... Der Markt, der Markt, ne? Ja, genau. Wie der das monetarisiert, muss ich auch mal, glaube ich, mit uns sprechen. Das ist ja wirklich total krass. Okay, gut. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen Werbung über dein Buch machen, weil die meisten Leute, die werden ja irgendwann YouTube verlassen, wenn wir die nächsten drei Stunden jetzt sprechen. Das heißt, wir müssen deine Werbung ganz schnell einblenden. Warum soll ich mir das Buch kaufen? Warum muss ich mir das selbst überlisten? Weil du manchmal Sachen machst, die du gar nicht machen willst und vielleicht verhindern möchtest, dass du sie machst. Und das liegt daran, dass in dir zwei Instanzen laufen. Ich nenne die immer die Agenten und die Direktorin. Und häufig ist es so, dass wir gesellschaftlich so ein bisschen aus so einer Direktorinensicht sind, die so vernünftig ist und das große Ganze im Blick behält und die uns immer dazu bringt, dass wir jeden Morgen Sport machen und meditieren und uns gesund ernähren und sowas. Und die Agenten in uns finden das aber gar nicht so gut. Und wir sind oft geneigt anzunehmen, dass die irrational seien. Aber das stimmt nicht. Die maximieren ihr kurzfristiges Glück. Und deshalb kann man nicht gegen die arbeiten. Also ich sage, dass sehr viele Punkte, wo man, wenn man ein besseres Leben leben möchte, dass die daran scheitern, dass man versucht, gegen sich selbst zu arbeiten. Und in dem Buch, ich sage ja, dann machen Sie Ihr Leben zu einem Spiel, in dem Sie stets gewinnen. Das ist die Idee, einfach ein Spiel zu kreieren, bei dem man selber automatisch das macht, wo man auch langfristig sagen würde, ja, das ist der richtige Weg. Ohne, dass es kurzfristig unangenehm wird. Und da gibt es Techniken für. Also in der Spieltheorie ist auch mal ein Nobelpreis dafür vergeben worden. Er nennt sich Mechanismusdesign. Dass man Spiele konstruiert, so dass die teilnehmenden Spiele ein bestimmtes Ergebnis herbeiführen. Und das sage ich, das ist das, was wir für unser Leben machen müssen. Warum macht das die Politik denn nicht? Also sollte genau das denn die Politik nicht machen? Erstmal, das spielt ja ganz viel in meine Arbeit, weil das ist ja nichts anderes, als den Leuten zu zeigen, seien wir mal ganz ehrlich, wir wissen ja, was gesund ist und was nicht. Wir wissen, Rauchen ist ungesund, wir wissen, Laufen ist gesund, wir wissen, Sport ist gesund, wir wissen, nur Liegen ist nicht gesund und so. Und der Grund ist ja meistens nicht das fehlende Wissen. Das heißt, in 90 Prozent meines Contents geht es gar nicht um den Content, sondern es geht um den Rahmen, den man um den Content herum baut. Ja, wenn man genau bei dir zuhört, dann ist es aber schon auch so, dass du stark mit der Direktorin in uns sprichst. Dieser bösen Chefin. Das sagst du immer, das habe ich noch niemals so gehört. Christian meinte nämlich, als er reingekommen ist, bei deinem Buch hatte ich den Eindruck, dass es meine Frau irgendwie zu mir sagt, ich muss das machen. Da hatte ich noch nie diesen Eindruck, sondern immer so, hey, bei mir war das so, okay, aber spannend. Ja, also das ist glaube ich schon so. Ich habe auch, eben als ich hierher gefahren bin, habe ich nochmal die Zusammenfassung von deinem Buch angehört, als Hörbuch. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, das ist schon so, so ein mütterlicher Rat. Aber das ist natürlich... Das ist schon niemals. Das ist spannend. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es genau sein mütterlicher Rat ist. Ja, kann ja sein. Ja, und ich meine, da haben die Mütter natürlich schon zu einem gewissen Grad recht, aber das reicht ja so nicht. Also wir wissen ja, dass bestimmte Sachen so sind. Wir müssen uns ja überlegen, wie schaffen wir es denn, dass wir das kurzfristig toll finden. Und da gibt es über bestimmte Techniken. Also zum Beispiel, dass wir einfach bestimmte Sollwerte gespeichert haben. Da brauchen wir ja nicht unser ganzes Verhalten zu ändern, sondern wir müssen manchmal einfach nur den richtigen Sollwert gespeichert haben. Ja, also weiß ich, wie groß ist denn der Teller, auf dem wir was haben. Und wenn wir das als Sollwert gespeichert haben, das Ding ist riesig, dann essen wir halt plötzlich einfach viel mehr, als wir eigentlich vielleicht in dem Augenblick essen wollten oder sollten. Lustig. Das ist aber auch ein Tipp von mir. In meinen E-Books, aber nicht im normalen E-Books. Da ist nämlich ein Ernährungsfehler, den Teller immer aufzuessen. Ja, genau. Das ist ja, naja, klar, habe ich natürlich auch gesehen, dass du es mal gesagt hast. Das ist tatsächlich so eine Sollwerteinstellung. Aber jetzt müssen Sie sich natürlich fragen, wie kriegt man das eigentlich hin, Sollwerte umzustellen? Und sehr häufig ist es so, dass wenn diese Direktorin in uns ankommt und einfach sagt, jetzt sind Sie mal einen kleinen Teller, dann sagen die Agenten, nö, ich finde den Großen aber gut. Sondern jetzt muss der Trick sein, dass man sie eben selbst überlistet. Der Name, Anleitung zur Selbstüberlistung. Man muss sich selbst überlisten, so dass man plötzlich einige Agenten hat, in deren Interesse es ist, dass der Teller klein wird. Und also das ist beispielsweise eine der Sachen, dass ich sage, verwandeln wir das doch echt mal in ein Spiel. Also jetzt nicht bei dem Teller, sondern eine andere Sache, die ich für einen Milkshake bei McDonalds, da gehst du ja sowieso nicht hin, aber ich schon. Ich gehe da nur hin, wenn ich einen Kater habe. Also wenn wir uns fragen, wie schaffe ich das jetzt eigentlich, dass dieser große Milkshake, den ich dort bekomme, dass ich den nur zur Hälfte austrinke, weil der einfach viel zu groß ist. Und wenn man durch so eine Geschichte erzählt, wie die untere Hälfte, da ist ein anderer Geheimagent, der will uns vergiften, da ist unten das Gift drin. Und das ist aber genau geschichtet. Das heißt, wir wollen nur den oberen Teil absaugen. Und ich will ihm natürlich nicht zeigen, dass ich weiß, dass er mich vergiften will. Deshalb sauge ich da dran und lege ich die ganze Dose weg. Und jetzt muss ich also von oben her so viel saugen, dass nur die Hälfte rausgeht. Und auf einmal durch eine solche Story arbeitet ein Agent in der Richtung, wie die Direktorin es eigentlich gemacht hätte. Und auf einmal ist dieser mütterliche Rat zu einem Spiel geworden, was wir genauso spielen, wie halt ein, weiß ich nicht, Computerspiel oder so. Auf einmal machen solche Sachen Spaß. Oder, weiß ich, ich nehme dieses Treppensteigen. Man kann sich sagen, man kann natürlich mit der Treppe hochgehen und so. Das ist viel gesünder, als mit dem Aufzug zu fahren. Man kann sich dann natürlich auch Geschichten dazu erzählen. Man kann es machen, wie schaffe ich es eigentlich zum Beispiel, in einer bestimmten Zeit hochzukommen. Oder wie schaffe ich es, dass der letzte Fuß, weiß ich, nur noch eine Treppenstufe nimmt und nicht zwei oder so was. Dann kann man lauter solche Kleinigkeiten einbauen. Und auf einmal gibt es Agenten, denen es Spaß macht, das Ziel zu erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dann ist es was ganz anderes, als dieser Rat, geh doch mal zu Fuß. Sondern man will dann gar nicht mal aufzug fahren, weil man ja dieses Spiel spielen will. Ja. Ich finde, das Treppenbeispiel ist ein super Beispiel, weil das habe ich auch schon häufig verwendet, weil es gibt ja Leute, die dafür Geld zahlen, mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren, um sich dann da auf eine automatische Treppe zu unternehmen. Die finden das richtig toll. Und sonst gibt es als Lösung der Aufzug. Ja, also es ist ja ganz verrückt, wie unterschiedlich Menschen mit was die Freude konnotiert haben. So. Darf ich jetzt beginnen mit meinen ganzen Fan- und politischen Fragen? Aber gerne doch. Ja. Warum ist die Erde flach? Oder eine Kugel? Also ich weiß jetzt nicht, wie du auf diese Frage kommst. Sag ich dir gleich. Aber diese Flacherdler-Theorie finde ich eine wahnsinnig faszinierende Theorie. Und zwar deshalb, weil sie so grotesk und offensichtlich falsch ist. Also das ist ein typischer Fall, wo Leute letztlich Wissenschaft missbrauchen. Also sie glauben, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten. Also zum Beispiel, dass sie selber messen. Und machen es aber so grotesk falsch, dass sie dann zum völlig falschen Ergebnis kommen. Also beispielsweise habe ich mich mal gefragt, wie kann man eigentlich als Flacherdler übersehen, dass ein Schiff am Horizont nach unten hin verschwindet. Also das kann man sehen. Ich meine, ich benutze gerne Ferngläser und so. Ja, mir macht das Spaß, mir das anzugucken. Man kann sehen, dass die Erde gegrümmt ist. Also es ist keine Sache, wo man irgendwie mit Messungen oder sowas arbeiten muss. Sondern es ist unmittelbar eigene Erfahrung. Und wie schafft man das eigentlich, dass man sich auf einmal jetzt einredet, das ist ja gar nicht so. Na, das schafft man dadurch, dass man allen Ernstes die Kugeloberfläche approximiert durch eine quadratische Funktion. Und bei einer quadratischen Funktion, die hat die Eigenschaft, in naher Umgebung sehr ähnlich zu sein wie in der Sphäre, also wie in der Kugeloberfläche, aber ein bisschen weiter davon entfernt, stärker gekrümmt ist. Und jetzt sagen die, weil es nicht dieser quadratischen Funktion folgt, deshalb sagt unsere Beobachtung, es ist zu wenig, dass es runtergeht. Total grotesk. Das heißt, man baut sich erst eine völlig falsche Theorie auf, mit deren Hilfe man dann eine wirklich falsche Theorie aufrechterhalten kann. Sherlock Holmes hat mal gesagt, dass man Fakten an die Theorie anpasst und nicht Theorie an Fakten. Also das ist ja so ein bisschen, die haben die These, es ist so und alles andere wird da rumgebaut. Ja, und anscheinend sehr faszinierend. Ich wollte aber auch etwas ganz anderes hinaus. Okay. Auf die Menschen. Denn, du warst mal in so einer Show und da ging es darum, sollen wir jetzt Leuten eine Bühne bieten? Das war irgendwie Bild. Ich glaube, das ist auch die Zeitung, die du am liebsten liest. Da warst du halt in dieser TV-Show bei der Bild und dann hast du da gesagt, sollen wir dann den Leuten von der Bild, nicht von der Bild, von den Leuten, die flache Erde, an die glauben, sollen wir denen eine Bühne bieten? Und da hast du nämlich gesagt, ich erinnere da immer an eine Zeit, wo ja über genau das Gegenteil gelacht wurde. Und das fand ich genau treffend. Denn ich weiß nicht, ob du Domian kennst, das war damals so ein Moderator beim WDR, da konntest du ihn mal anrufen und dem alles erzählen und einmal hat so ein Flachertler angerufen und die hat halt angerufen und dieses Video ging viral. Und ich dachte mir so bei mir, hm, okay, na klar ist die Erde rund. Woher weiß ich das? Ja, weil mir das so beigebracht wurde. Ich habe noch nicht ein Schiff gesehen, wie das runtergegangen ist. Ich habe nicht die Krümmung der Erde gesehen. Hast du nicht gesehen? Ich habe das alles, also ich habe mich selber mit meinem Intellekt, Wahrnehmung oder so, niemals mit der, mit der anatomischen Form der Erde beschäftigt. Das heißt, ich bin der gleiche Mensch, der noch vor, weiß ich nicht, Mittelalter oder so auch gesagt hätte, die Erde ist flach natürlich. Und ich glaube, und darauf wolltest du hinaus, dass die Menschen, die heute leben, eigentlich genauso sind. Wie damals. Und das finde ich so verrückt. Hast du das so ähnlich gemeint? Naja, das ist klar, ja. Also der, dieser wissenschaftliche Diskurs, der besteht ja daraus, dass wir uns unterschiedliche Dinge angucken. Und heutzutage gibt es hier diese merkwürdige Einstellung oder Theorie, dass es einen wissenschaftlichen Konsens gibt. Das ist ja völliger Blödsinn. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens. Sondern was es gibt, es sind Haufen Leute, die sich über eine haufenweise Sachen streiten. Und im Kern gibt es vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wo sich die meisten drüber einig sind. Aber über fast alles andere sind sie sich eigentlich nicht einig. Und es ist ein völliges Missverständnis der Wissenschaft zu glauben, die wären sich alle einig. Und dann irgendwann wird dieser Konsens umgeschaltet. Ich habe mal an irgendeiner Stelle ironisch gesagt, das passiert immer Sonntagnacht zwischen zwei und drei. Da wird der Konsens umgeschaltet und alles, was vorher richtig war, ist danach falsch und umgekehrt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also wir müssen eben wirklich auch bedenken, dass sich das wissenschaftliche Weltbild ja auch die ganze Zeit ändert. Und das mit der flachen Erde, wobei das uns historisch wahrscheinlich so ganz richtig ist. Aber es gab sicherlich mal Zeiten, wo man die Erde eher als flach angesehen hat. Das war ja auch mal so eine Art Konsens in Anführungsstrichen. Und man muss sich klar darüber werden, dass diese Dinge eben ineinander übergehen und man die Theorie, auch eine alte Theorie, ja nicht völlig über Bord werfen darf. Also wir müssen ja weiterhin schon immer noch überprüfen, gibt es denn Argumente, die dagegen sprechen. Das ist nur so erdrückend in diesem Fall, dass man da echt nicht mehr viel halten kann. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil genau das war ja in der Corona-Zeit so. Und da fand ich das ganz gruselig. Also ich fand es als erstes, das klingt ein bisschen verrückt, aber ich fand es auch spannend, die Zeit. Ich fand die cool am Anfang, weil ich war ja noch nie in meiner Generation in irgendeiner Form von Krieg oder Mauerfall oder so, wo man wirklich merken konnte, wie sich die Gesellschaft verhält in so etwas, wie einem Lockdown. Und das war für mich einfach als Arzt, der es spannend findet, wie Menschen sich verhalten, total interessant auch. Natürlich auch alle schrecklich und so, aber auch irgendwo spannend. Und ich fand das mit der Wissenschaft und der Emotionalität fand ich ganz verrückt, weil in der Wissenschaft geht es ja viel eher darum, sich gegenseitig zu korrigieren. Dann sagt der eine was, dann belegt der was. Aber dass das so klar formuliert wurde und im Prinzip gesagt wurde, jeder, der das nicht zu 100 Prozent so sieht, ist ein Querdenker. Und jetzt muss ich mich ja auch noch mal distanzieren davon. Ey, ich habe in der Corona-Zeit geimpft und ich stehe da zu 100 Prozent. Also ich bin so ein Systemhöriger, aber ich bin jetzt auch ein bisschen verdutzt. Ich glaube, das war das sogar im Video von dir, was ich gesehen habe, das gefordert wurde von diesem einen Typen von der GEZ oder diesem Professor von der GEZ. Das habe ich mich nämlich auch genauso gefragt, wieso wir nicht jetzt diese ganzen Daten nehmen und gucken, was wir richtig gemacht hätten und was wir falsch gemacht hätten. und gar nicht, um irgendjemandem zu sagen, du bist böse, wie konnte das nur passieren, sondern es ist doch unfassbar spannend. Wir hatten ja nicht so viele Informationen. Das war doch auch für alle Neuen, für alle Politiker. Da ist doch vollkommen klar, dass da niemand die Lösung für alles hatte in so einer Situation. Aber es wäre geil, mal auf sowas zu lernen und zu gucken, hey, war das sinnvoll mit der Schulschließung? War das sinnvoll mit der FFP2-Maske? Hätte das die andere Maske auch gemacht? Wie war das mit dem Abstand? Hätte man das, also einfach diese Fragen zu stellen, wenn ich meine Kollegen frage, die jetzt ja auch, aufgrund, ich glaube, meiner Reichweite auch teilweise hohe Tiere sind oder Meinungsbildner in diesem Bereich, sagen die alle, nee, wir haben keinen Bock mehr auf Corona. Und da frage ich mich, ob das diese Nummer ist, dass die vielleicht selber Angst haben davor, vor dem Ergebnis, oder dass die sagen, dass die wirklich keinen Bock mehr haben, aber ich bin da ein bisschen negativ überrascht. Man muss da schon in Anreizen denken. Also wenn es einem einfach nur darum geht, rauszufinden, wie war es denn nun in der Wirklichkeit, dann geht man eben so vor, wie man das in der Wissenschaft macht. Dann geht man unterschiedlichen Hypothesen nach, dann wertet man unterschiedliche Daten aus und so weiter. Wenn wir das wirklich gewollt hätten, dann hätten wir ja von Anfang an einfach auch mal Geld dafür ausgegeben, beispielsweise Daten zu sammeln. Das wurde bei uns ja geradezu vorsätzlich nicht gemacht. Ich sage nicht fahrlässig, das ist nicht, dass wir das vergessen haben, sondern es wurde vorsätzlich nicht gemacht. Und das liegt an der Anreizstruktur der Politiker. Die Politiker haben drastische Maßnahmen ergriffen. Und wenn sie jetzt selber die Voraussetzungen schaffen, dass man ihnen danach möglicherweise zeigen kann, dass diese Maßnahmen falsch waren, dann ist es ja für sie nur ein Nachteil. Die haben ja keinen Vorteil davon, wenn das gezeigt werden kann. Und deshalb ist eben dieser Interessenskonflikt da bei den Politikern. Schlimm genug ist, dass die Journalisten da mitgemacht haben und dass sich die gesamte Gesellschaft hat instrumentalisieren lassen, dass alle gesagt haben, ja genau, da wollen wir gar nicht mehr hingucken. Das eine ist die Wahrheit und das andere ist vollkommen falsch. Wäre darüber einfach mal ausgewogen berichtet worden, dann hätten wir auch frühzeitig unterschiedliche Wege ausprobieren können und wären, glaube ich, wesentlich besser durch diese Krise durchgekommen. Bist du ein Querdenker? Also das Lustige ist ja, dieser Name war ja früher mal positiv besetzt. Ich kann mich erinnern, dass ich sogar ständig zu einem Querdenkertreffen eingeladen wurde, als dieser Begriff noch völlig anders besetzt war. Ich habe beispielsweise in meinem Twitter-Profil stand seit Ewigkeiten immer drin, Theorie quer zur Denkrichtung. Und das war eine Sache, das hat keiner irgendwie anstößig oder sonst was gefunden. Und dann auf einmal ist dieser Begriff gelabelt worden, nur für eine ganz bestimmte Sache. Und was jetzt auch noch die Katastrophe war, es wurde immer nur das Label dazu gepackt, es sind alles Schwurbler. Und rechts. Genau, und rechts oben rein auch noch. Aber dieser Begriff Schwurbeln hat ja auch ursprünglich mal gestanden für, man redet irgendwie schwafelig rum und kommt nicht so richtig zur Sache. Und auf einmal heißt Schwurbeln, man weicht ab von der offiziellen Meinung, die jetzt die absolute Wahrheit ist. Und das halte ich für eine absolute Katastrophe. Denn nochmal zu den Flacherdlern zu kommen, mal angenommen, wir würden auf einmal zur absoluten Wahrheit erklären, per Dekret, dass wir sagen, man darf nur das eine glauben, dass die Erde flach ist. Das hilft doch auch nicht weiter, sondern das wäre doch dann eine Sache, bei der wir wirklich das Ende der Wissenschaft ausgerufen hätten. Ich habe genau das gleiche Problem wie du. Weil ich sehe mich, wenn ich irgendwie was ganz Normales sage, dass ich mich zehnmal distanzieren muss und rechtfertigen muss und so. Und das ist bei deinen Videos, weil du ja sehr häufig kritische Sachen sagst gegenüber Politik oder so, da habe ich auch immer das Gefühl, irgendein Agent in mir will dich in eine Ecke drängen. So, ist der jetzt rechts, ist der jetzt links, also auch generell, diese politische Richtung habe ich noch nie verstanden, dass irgendwas mit Impfung auch rechtsradikal ist. Also meiner ganzen Historie, warte mal ganz kurz, wenn ich in Berlin bin, das ist mir wirklich ein Herzensthema, wenn ich in Berlin bin und am Brandenburger Tor entlang gehe und dann gehe ich ganz häufig an dem Judendenkmal entlang, und dann gehe ich da durch andächtig und da wird mir klar und auch was mir mein Opa alles erzählt hat, was Rechtsradikalität ist, was Krieg bedeutet, was diese ganzen Sachen bedeuten und dann finde ich das eine absolute Perversion und eine, wie heißt das Wort, Verharmlosung, wenn wir dann irgendwie sagen, jemand, der gegen die Impfpflicht ist oder so oder das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und das finde ich ganz gruselig, dass wir auf einmal jetzt Gruppen haben, wo sich Menschen treffen, die in vollkommen unterschiedlichen Bereichen irgendwie die gleiche Gesinnung haben und auf einmal habe ich das Gefühl, verharmlost das so, also verstehst du ein bisschen, was ich meine? Klar. Jetzt hast du jemanden, der glaubt, die Erde ist flach, der ist ein Impfgegner und der ist rechts. Und ich denke mir so, die ersten beiden sind mir scheißegal, mach das doch, ja, aber du kannst jetzt ja nicht, ne, dann gehst du mal an so einem Judendenkmal oder so vorbei und dann denkst du dir, ey Leute, vielleicht sollten wir unser Label, also sollte man nicht immer so rechts, also verstehst du, was ich meine? Und das ist halt auch ein Riesenproblem, wenn wir jetzt zum Beispiel über Biologie von Mann und Frau reden oder so, müssen wir uns auch zehnmal distanzieren, obwohl wir, glaube ich, ein gutes Herz haben und eher für die Wahrheit und Fakten sind. Verstehst du? Naja, ich meine, das sind ja solche Sachen, es gibt auf Twitter so einen Hashtag, der heißt irgendwie richtig erinnern oder sowas. Auf den bin ich immer mal zufällig gestoßen, da werden lauter so Zitate aus der Corona-Zeit genannt. Und das ist gruselig. Es ist wirklich einfach gruselig zu sehen, dass heutzutage Leute sich bereit erklärt haben, solche Sprüche rauszuhauen, wie das, was man dort sieht. Das ist wirklich schlimm und das zeigt, wie leicht auch eine solche Stimmung insgesamt umkippen kann. Und eigentlich sollte man ja meinen, dass wir davor gefeit sind, weil wir das ja einmal bei uns im Land erlebt haben. Das sollte man ja eigentlich meinen, dass wir rechtzeitig dagegen arbeiten. Aber nein, wir haben es falsch gemacht und haben plötzlich alle möglichen Dinge, die eigentlich davor warnen, die sagen, passt auf Leute, das kippt gerade in eine Richtung. Wenn wir die als rechts labeln, dann ist es auf einmal so, als wäre die das aufrechterhalten wollen von Grundgesetz oder sowas, als wäre das auf einmal rechts. Ganz komische Mechanismen, die da am Werk sind. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, die mir aber eben auch gezeigt haben, wie unglaublich dünn letztlich unsere Schicht der Demokratie ist, wie leicht sowas wieder umkippen kann. Was ich schon verrückt finde, zum Beispiel jetzt die Ukraine-Putin-Geschichte, wenn ich da einfach nur so die Frage äußern würde, tun wir denn alles, um irgendwie auch eine Verhandlungslösung herbeizuführen? Machen wir alles um Frieden? Auf einmal sagen Leute, du bist für Putin. Oder so. Ich bin da in diesem Konflikt gar nicht drin. Aber wenn ich das, ich glaube, ich sage nichts über Politiker sagen, dann ist das einfach nur so. Aber weißt du, so grob, was ich sage, wenn du jetzt gegen irgendwas bist oder noch nicht mal, wenn du nur die Frage äußerst, so hey, ist das denn richtig mit der Impfpflicht? Ist das denn richtig jetzt mit dem und dem? Auf einmal hast du so ein Label drauf und irgendwie, ich glaube, du bist jemand, der vollkommen unbewusst in diese Richtung provoziert, weil du ja einfach nur Fakten und Meinungen sprichst. Ich weiß gar nicht, welche Frage ich dir da stellen kann. Aber es ist eine billige Argumentationstechnik, die du gerade ansprichst. Nämlich die Technik, also rechts zu behalten, besteht häufig einfach darin, dass wenn man es schafft, den anderen umzulabeln für irgendetwas, man letztlich seine Glaubwürdigkeit so stark beschädigt, dass das Argument überhaupt gar nicht mehr durchkommt. Und das ist, wie gesagt, ein billiger Trick. Also wenn man es schafft, jemanden als rechts zu labeln, völlig egal, unabhängig davon, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, hat man eigentlich die Argumentation bereits gewonnen, weil es dann heißt, natürlich ist ja rechts, es muss ja böse sein. Ja, das stimmt. Das ist voll die geile Argumentation. Ja, klar. Und auf die Art und Weise kann es eben auch passieren, dass ursprünglich linke Positionen auf einmal als rechts gelabelt werden und so. Ganz verrückt. Weil eben damit letztlich man immer gewinnt, in Anführungsstrichen. Es gibt da von Schopenhauer so ein ganz nettes Büchlein, wo er sagt, die Kunst recht zu behalten, da sind solche Techniken drin. Und das Gemeine dabei ist natürlich, dass weil es so billig ist und gut funktioniert, es einfach immer stärker angewandt wird und wir dann eben nicht mehr zum Kern der Argumentationen kommen. Und das scheint ja das zu sein, was vielen bei mir auf dem Kanal gefällt, wird, dass ich einfach versuche, diese Argumentationsebene aufrecht zu erhalten und mich zu fragen, was wissen wir denn eigentlich wirklich an Argumenten? Ich gebe dir ein Beispiel. Sorry. Ja, das heißt ja nicht, dass ich damit immer zum richtigen Ergebnis komme oder es heißt auch nicht, dass ich Hellseher bin oder irgendwelche Sachen, sondern es heißt einfach nur, dass es eben unterschiedliche Argumente gibt. Mir diese Argumente wichtig sind, ich versuche sie gegeneinander abzuwägen. Und ich möchte, dass meine Zuschauer einmal diese Argumente kennen und dann meinetwegen auch selbst abwägen. Und dann müssen sie nicht zum gleichen Ergebnis kommen wie ich. Aber ich möchte, dass sie auf dieser Argumentationsebene abwägen. Und ich möchte nicht, dass sie einfach vorher sagen, das ist aber all so und so gelabelt und deshalb ist das auf jeden Fall falsch. Deswegen finde ich deinen Kanal auch so geil. Was mich überrascht hat, wenn du hast, hast du Wetten, das gesehen mit Thomas Gottschalk und so? Thomas Gottschalk hat gesagt, ich habe es auch alles nicht gesehen. Das ist jetzt irgendwie die achte Quelle. Er hat irgendwie dann gesagt, hey, warum ich gehe, ich merke, ich kann nicht mehr so reden wie zu Hause, wie vor der Kamera, wie das früher hier. Ich habe schon einen Ausschnitt gesehen. Meinungsfreiheit, bla, bla, bla. Und jetzt gibt es ganz viele Leute, die darauf reagiert haben und die haben dann Thomas Gottschalk kritisiert für alles, was er jemals mal gemacht hat. Irgendwie Frauen auf den Mund geküsst oder Sachen, die nicht cool sind. Ich bin da überhaupt nicht drin. Was ich aber verblüffend fand, ja, jetzt muss ich mich nochmal distanzieren, ja, es ist schlecht. So, was ich verblüffend fand, nicht einer ist auf den Inhalt seiner Aussage eingegangen. Hat er damit Recht, dass wir unsere Meinung zu Hause in der Öffentlichkeit nicht mehr sagen können? Und das, finde ich, ist ja ein Punkt. Vollkommen unabhängig. Kannst du ja sagen, er ist eine kritische Person. Er sollte nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen. Aber das hat ja erstmal nichts mit dem Inhalt seiner Aussage zu tun. Verstehst du, was ich meine? Sondern da war im Prinzip die gleiche Idee. Ja, aber das ist ja ein böser Mensch, denn er hat ja das und das gesagt und deswegen muss er gehen. Und ich finde, diese Argumentationskette könnte man ja verwenden, aber dann müsste man auch auf sein Ein, das Einzige, was er inhaltlich gesagt hat, auch eingehen. Finde ich. Na gut, ich meine, es ist ja bekannt, es gibt ja entsprechende Umfragen, nach der ein immer höherer Anteil von Leuten das Gefühl hat, man kann eben nicht freisprechen. Ja. Und das ist ja keine Frage von, ob es jetzt objektiv richtig ist oder falsch, sondern es ist ja eine Frage, ob man dieses Gefühl hat. Genau. Das reicht ja im Grunde genommen schon und meistens ist das Gefühl ja durch irgendwas ausgelöst. Das haben wir auch nicht vergessen. Ja, aber jedenfalls, das Gefühl ist erst mal da und meines Wissens gibt es da auch eine Umfrage, die zeigt, dass das von der politischen Richtung abhängt. Also, dass beispielsweise Leute von der SPD oder der Linken eher das Gefühl haben, sie können das sagen, was sie sagen wollen, als vielleicht jemand von der, weiß ich, FDP oder AfD oder so. Aber ich sage das jetzt gerade so ein bisschen, weil ich dann nur am Rande mal was mitbekommen habe und ich habe da jetzt leider keine richtig schicke Quelle, obwohl, wenn ich sie noch finde, dann sage ich sie, da kannst du unten in die Beschreibung mit reinbauen. Okay, dann mal kurz zur Spieltheorie. Können wir kurz über diese Gel-Ufer-Riemen-Geschichte reden? Ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Also, was mich immer interessiert, ist Hexenjagd. Wie ich jetzt war. Weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, das ist so eine meiner größten Sorgen, dass ich exposed werde. Ja, oder dass irgendwann mal rauskommt, dass irgendeine Frau oder so, mit der ich irgendwann mal ein Verhältnis hatte oder so, irgendwie sagt, ja, ich wollte das doch nicht oder irgendwie so. Und das kann man jetzt irgendwie kritisieren. Ich weiß, dass jeder männliche Creator, den ich kenne, diese Sorge hat, wie auch irgendwie. Also, die Sorge ist groß. So. Und hier liegt übrigens an einer Sache, die wir plötzlich auch aufgegeben haben oder neu eingeführt haben, so ist, nämlich die Beweislastumkehr. Habe ich ja mal ein ganzes Video dazu gemacht. Weißen Sie doch, dass Sie unschuldig sind. Ja, genau. Und das ist einfach rechtsstaatlich, eine Katastrophe, dass wir auf die Art und Weise auf einmal sagen, ja, wer irgendwas behauptet, hat damit automatisch recht. So, gut, Klammer zu. Ich will jetzt aber gar nicht auf, ich will das gar nicht werten, wie das jetzt ist bei irgendeiner Belästigung oder so, weil ich finde jede Sichtweise, dass man da jetzt bei den Opfern steht und so weiter, das kann ich absolut nachvollziehen. Dass man dagegen was tun muss, ist ja klar, gegen solche Belästigungen. Das ist überhaupt gar keine Frage. So, natürlich. Da wollen wir auch, da können wir ja von mir aus auch irgendwann mal drüber reden, aber ich will jetzt auf was anderes hinaus. Ich will jetzt darauf hinaus, der Gil Opharemo, das ist ein sehr, sehr unemotion, oder ja, es ist ein gutes Beispiel, weil er hat jetzt zugegeben, kurzer Fall bei ihm. Er hat gesagt, er wurde antisemitisch beleidigt, weil er provoziert wurde oder sich provoziert gefühlt hat und hat über zwei Jahre seine Lügen aufrecht erhalten, dass es so war und jetzt am fünften Prozestag oder so hat er gesagt, es war alles gelogen, was ich jemals gesagt hatte, ich entschuldige mich. Und jetzt hätte ich von dir gerne eine spieltheoretische Erklärung und hoffentlich auch einen Lösungsvorschlag, weil ich dachte mir nämlich folgendes, ich habe mich an ein Video von dir erinnert, gefühlt von Putin. Hast du gesagt, Putin wird nicht aufhören, weil seine Zahlungen höher sind oder irgendwie so, kannst du das mal kurz beschreiben, weil wir wollten ja, also wir ist jetzt NATO, Deutschland, keine Ahnung, mit so Sanktionen und so weiter, wollten wir, glaube ich, Russland dazu drängen, zu sagen, hey, hör bitte auf mit dem Krieg, hier, wir schaden dir auch, lass uns irgendwie verhandeln und lass uns bitte keinen Krieg machen, ich spreche es jetzt einmal so runter oder hast du gesagt, nee, das funktioniert, der wird weitermachen. Ja, die Idee dahinter war folgende, ich habe gesagt, man kann durch äußere Beeinflussung, also ich habe damals immer Sanktionen gesagt, ja, das ist aber natürlich allgemeiner zu verwenden, also durch Einflussnahme von außen her, kann man dem Land bis zu einem gewissen Grad schaden, man kann nicht unendlich hohen Schaden hervorrufen, also irgendwann ist ein Sockel erreicht und den kann man nicht, da kann man es nicht mehr runterdrücken und weil dieser Wert endlich ist, dagegen aber das, was er gewinnen kann durch einen Krieg, wenn er nach vorne geht, potenziell unendlich ist, also natürlich nur potenziell, aber jedenfalls gibt es da sozusagen eine lange Kurve, die noch hoch geht, deshalb ist es so, dass man irgendeinen Punkt erreicht hat, wo man ihm nicht mehr weiter schaden kann, er aber seine Position wieder verbessern kann, wenn er weitermacht und das führt eben dazu, dass man möglicherweise durch Sanktionen im allgemeineren Sinne jemanden wie Putin dazu bringt, dass er insgesamt länger und weiter nach vorne geht als im anderen Fall, das ist dieses Sanktionsparadox, habe ich das Ganze genannt und das ist natürlich schon ein Problem, was man im Auge behalten muss, weil jemand wie Putin, wir auch häufig, natürlich in dem Anfangszustand denken, also solange wir eine Verschlechterung haben zum Anfangszustand, sagen wir, müssen wir weitermachen und wir haben es erst dann als Erfolg, wenn wir sagen, jetzt haben wir uns verbessert gegenüber dem Anfangszustand, das können wir eben in dem Fall nur erreichen, indem es immer weiter nach vorne geht, das ist diese Putin-Geschichte, also wenn ich das richtig sehe, dann sagst du oder fragst, ob man das jetzt übertragen kann auf den Fall hier? Ja, ich denke mir jetzt folgendes, wenn ich jetzt lüge, ich sage jetzt, der Christian hat mich verprügelt, ja, unwahrscheinliches Szenario, aber, sage ich jetzt, und da ist es sehr schwierig, irgendwann zu sagen, es war doch alles gelogen und je länger ich das durchziehe, desto höher wird meine Hürde, was wir eigentlich bräuchten in der Gesellschaft, wäre irgendetwas, um diese Hürde zu nehmen, das kann man im Gespräch mit der einfachen Technik machen, so, hey, komm, ich hätte es doch auch gemacht, ey, der Felix ist doch ein Arschloch, sag mir doch mal die Wahrheit, also, ich hätte den auch umgehauen, so, ja, und das sehe ich aber nicht, deswegen hat mich das sehr überrascht bei dem Geoferim, dass er dann auf einmal gesagt hat, man weiß natürlich nicht, es geht jetzt auch wirklich gar nicht um die Fakten, aber ich frage mich, ist das erstens spieltheoretisch erklärbar und wenn das erklärbar ist, genauso wie jeder Vorwurf von ganz klassisch jetzt einer Frau, die jetzt einem Kachelmann oder einem Luke Mockridge oder einem Lindemann oder so irgendetwas vorwirft, aus keine Ahnung Gründen und dann kommt halt heraus, sie hat gelogen. Wie kann man denn für Menschen es leichter machen? Also, erste Frage, könnte man das Spiel theoretisch darstellen und zweitens, wie könnte man es Menschen leichter machen, die einmal eine Entscheidung getroffen haben, diese Entscheidung, also zu sagen, dass man Unrecht hätte? Das Problem dabei ist, dass du zwei Ziele gleichzeitig verfolgst. Das eine ist ja, demjenigen es leicht zu machen, der schon mal gelogen hat, es zuzugeben. Genau. Um dieses Ziel zu erreichen, würde Lübsen sagen, pass auf, wir lassen das straffrei, du sagst jetzt einfach die Wahrheit, denn die Sache ist gegessen. Und dieses Gefühl hat sich bei Geno vergeben, da dachte ich, komm, canceln wir ihn doch nicht, komm, es war doch alles scheiße, aber... Aber warte ab, das andere Ziel ist ja, zu verhindern, dass Leute das überhaupt erstmal machen. Und diese beiden Ziele kann man ja nicht auf die gleiche Weise erreichen. Und das Problem bei der Sache ist jetzt, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, wenn wir in einem Fall drin sind, es immer softer machen zu wollen und bevor wir vor diesem Fall sind, es immer härter machen zu wollen als Abschränkung, damit gar nicht erst jemand reingeht. Das ist übrigens ein völlig bekanntes Phänomen. Also vielleicht kennst du aus der Spieltheorie diese Geschichte Tit-for-Tet. Nee. Nie gehört? Naja, okay, dann müsste ich jetzt ganz lange darüber erzählen. Aber jedenfalls, das ist letztlich eine Strategie, mit der endogenen Kooperationen entstehen kann. Also eine Situation, in der eigentlich keine Kooperation möglich ist, kann die möglicherweise entstehen, indem einfach einer sagt, pass auf, ich mache einfach immer genau das, was du gemacht hast. Du warst nett zu mir, bin ich auch nett zu dir. Du hast mir in den Hintern getreten, trete ich dir in den Hintern zurück. So, und wenn das tatsächlich so funktioniert, mit dieser Strategie, also wenn man das wirklich so durchzieht, dann hat eigentlich keiner ein Interesse, demjenigen zu schaden, weil er weiß, das wird zu teuer für ihn selber. Nun gibt es aber das Problem, dass es auch teuer für denjenigen ist, der diese Tit-for-Tet-Strategie anwendet. Also derjenige, der sich hier versucht zu wehren bei sowas oder zurückzuschlagen, hat natürlich immer auch Kosten des Zurückschlagens. Das heißt also, er ist immer in der Situation, in der er dann versucht zu sagen, ach na ja, weißt du was, ich mache nicht Tit-for-Tet, sondern du darfst nicht zweimal reinlegen, bevor ich das erste Mal zurückschlage. Und damit werden natürlich immer mehr Leute angezogen, die reinlegen. Und das ist ein bekanntes Phänomen, was man dort hat. Und das führt auch dazu, dass übrigens eine stabile Kooperation zusammenbricht durch zu viel Nachgiebigkeit. Also ist ein altes Problem in der Spieltheorie, ist zu einem gewissen Grad eigentlich ungelöst, weil man nicht beide Ziele gleichzeitig unter einen Hut bringen kann. Also man muss streng genug strafen, damit man abschreckt und schwach genug, damit man noch eine Chance hat zuzugeben. Dilemma. Aber du kriegst es nicht. Man kann es... Klar. Weil es gibt auch, auch bei Luke Mockridge, das war irgendwie die Hazel Brücker oder so, die hat irgendwann mal gegen den Luke irgendwie gehetzt und dann war das aber jetzt, ich bin da nicht so zu 100% drin und die hätte, glaube ich, sich irgendwie vor einem Monat entschuldigen können und dann wäre es, glaube ich, für sie glimpflich ausgegangen. Glaube ich. Und jetzt wird die halt die ganze Zeit gehatet. Und ich glaube, wie gesagt, es geht hier nicht um die Fakten, wer jetzt Recht hat oder nicht, darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es geht jetzt um die Idee, dass du von einem Kurs abweichst und sagst, hey, ich hatte da Unrecht, es tut mir leid, ich habe etwas falsch gemacht, aber das ist ein Dilemma. Ja gut, also Dilemma ist jetzt eigentlich schon besetzt, der Begriff, aber klar, es ist nichts, was man einfach so hinkriegt. Zielkonflikt würde ich da eher sagen. Ich meine, die Optimierung für die einzelne Person, die in sowas drinsteckt, die ist natürlich, dass man sich fragt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden und wie teuer ist es, zuzugeben. Und da hat man ja letztlich zwei Strategien. Man kann sozusagen sagen, ich kriege jetzt eine sichere Auszahlung, indem ich es gleich zugebe oder ich kriege entweder eine bessere Auszahlung, indem ich es leugne und damit auch durchkomme oder eine noch schlechtere Auszahlung als in dem anderen Fall des Zugebens, wenn ich es leugne die ganze Zeit und am Ende überführt werde. Und das heißt also, man hat eine sichere Auszahlung, die man vergleichen muss mit einer besseren oder schlechteren und dann kommt es nur auf die Wahrscheinlichkeitseinschätzung an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man damit durchkommt und natürlich wie hoch die Auszahlungen sind. Und da ist natürlich schon so, dass wenn auch diese Wahrscheinlichkeitsschätzung sich verändert, dass man dann auch das eigene Verhalten ändert. Also in diesem Gerichtsverfahren, was ich jetzt nicht verfolgt habe, aber da wird es ja dann wahrscheinlich so gewesen sein, dass die Wahrscheinlichkeit des Nachweises am Ende so erdrückend hoch war, dass er dann lieber gesagt hat, naja, dann jetzt lieber gleich die Notbremse ziehen und noch diese etwas schwächere negative Auszahlung mitnehmen, als am Ende als der überführte, begossene Pudel dazustehen. Ich glaube, so war es, weil er ist jetzt auch irgendwie, das habe ich juristisch nicht ganz verstanden, er gilt auch immer noch, das hat der Anwalt gepostet, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Da regen sich jetzt alle drüber auf, weil er hat es ja zugegeben, aber das Verfahren wurde eingestellt. Ach ja? Also er ist nicht vorbestraft oder so, sondern das Verfahren wurde gegen 10.000... Trotz einer solchen Falschaussage? Trotz einer solchen Falschaussage wurde das Verfahren eingestellt wegen 10.000 Euro Schmerzensgeld oder irgendwie sowas. Und da dachte ich, das kann es eigentlich sein. Das erscheint mir jetzt auch einartig zumindest. Du kannst es nachgucken. Und der Anwalt hat das halt selbstbewusst gepostet. Also wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt. Das ist vielleicht eine Sache, die ich mir auch mal mit Juristen zusammen angucken muss. Muss mir erklären lassen. Okay. Gut. Nächstes Thema. Psychologie beziehungsweise Umwelt. Wir haben das Gefühl, dass es Menschen gibt, die etwas tun und dann gibt es andere Menschen, die sagen, ihr seid so böse und die haben die moralische Überlegenheit. Und ich habe irgendein Problem damit, dass Menschen glauben, dass sie moralisch anderen überlegen sind. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Kurve kriegen kann zu einer Frage, die vielleicht schlau ist. Wenn man ein Content sich anguckt und sich nicht mit dem beschäftigt, könnte man denken, dass du ein Klimaleugner bist. Und gegen Umweltschutz, weil du bist ja gegen Dieselverbote und gegen diese ganzen Sachen. Die Wahrheit ist ja aber, dass du davon ausgehst, dass diese Maßregeln, die wir haben, gar nicht zu dem Ziel Umweltschutz führen, sondern zu einem ganz anderen Ziel. So kannst du bitte einmal darauf eingehen, weil also das hat mich immer so überrascht. Bei Klimaklebern habe ich noch nie irgendwie mitbekommen, Klimakleber. Gibt es ja auch nicht in Hagen. Da hat mir mal irgendwie eine Freundin erzählt, ja, aber die machen das ja irgendwie aus den richtigen Gründen. Und ich habe aber den Sinn nicht verstanden. Also ich kann ja auch sagen, ich klebe mich hier auf den Boden fest oder ich werfe einmal einen Ball in die Luft und das mache ich dann für den Klimaschutz oder gegen Rassismus oder so. Da habe ich die Kausalität dieser Geschichte nicht verstanden. Dass das keine valide Argumentation ist, das sieht man ja, indem man einfach mal die Gründe austauscht. Also wenn man natürlich selber die Instanz ist, die festlegen darf, was denn richtige und was falsche Gründe sind, dann findet man das natürlich schick. Aber stellen wir uns einfach mal vor, jemand anders könnte das auswählen. Dann finden wir uns auf einmal nicht mehr so schick. Also stellen wir uns einfach mal vor, weiß ich, irgendwelche Leute kleben sich auf die Straße und sagen, so das machen wir jetzt, weil wir zu viele Migranten haben, die gerade reinkommen. Wäre das auch ein valider Grund? Und vielleicht würde ja irgendwer das als validen Grund darstellen. Und dann müsste man das ja auf einmal auch akzeptieren. Also das ist ja vollkommener Quatsch. Wie würden denn die Leute jetzt, also ich finde, das ist wirklich unfassbarer Quatsch. Und ich finde dieses Beispiel von dir wirklich ganz, ganz toll. Aber es gibt ja Leute, die das machen. Die würden jetzt, wenn die deine Aussage hören, würden die ja nicht sagen, ja stimmt, er hat recht. Ja, das ist das Erstaunliche. Aber das liegt eben daran, dass sie sich selber für moralisch als die einzig Richtigen halten. Und die anderen sind halt irgendwie moralisch falsch. Also es ist ja ohnehin merkwürdige Veränderung des Demokratiebegriffs heutzutage. Es gibt ja anscheinend relativ viele Leute, die heutzutage glauben, demokratisch zu sein, heißt, die richtige Meinung zu haben. Und vorher diese richtige Meinung, naja, ist doch so. Und das ist natürlich eine völlige Fehlbeurteilung davon, was Demokratie eigentlich ist. Demokratie besteht ja eben gerade daraus, dass wir unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren lassen und uns Mechanismen überlegen, die zu einer entsprechenden Abwägung führen. Die dazu führen, dass wir eben eine Gemeinschaft erzeugen, in der alle so einigermaßen damit zurechtkommen können. Und da bespreche ich nicht nur von Kompromissen. Also Kompromisse verschlechtern ja oft einfach nur die Sache. Sondern ich spreche davon, dass wir beispielsweise Lösungen vom Typus, okay, ich gebe hier mal nach, aber dafür möchte ich das haben und so weiter, sodass mit eben auch richtige Dinge tatsächlich durchkommen. Also das ist eigentlich die Idee von der Demokratie. Jetzt nochmal zu der Sache mit dieser Klimageschichte. Was mich maßlos aufregt, das ist, dass eine Partei die ganze Zeit für sich in Anspruch nimmt, die Umwelt und das Klima zu schützen, Maßnahmen ergreift, die genau in die andere Richtung führen, die dafür sorgen, dass wir eben schlechter das Klima schützen. Und das ist eine Sache, die mich wirklich ärgert, wie du vielleicht im Augenblick auch merkst. Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass wir unter dem Label, das Klima zu schützen, genau das Gegenteil erreichen. Und dazu gehören beispielsweise solche Dinge wie Kernkraft abgestellt zu haben. Kernkraft ergänzt sich ganz hervorragend mit den erneuerbaren Energien, weil einfach dieser Sockel einmal da ist. Damit können wir die Grundlastversorgung immer jedes sicherstellen. Und zum anderen haben wir dieses etwas Flatterhafte mit oben drauf, sodass die beiden Sachen perfekt zueinander passen und sie beide stoßen sie überhaupt oder fast kein CO2 aus. Das ist eine super Ergänzung von Technologie. Aber es darf nicht gemacht werden, weil wir hier auf einmal dieses Label draufgeklebt haben, ja Kernkraft ist aber irgendwie böse. Das ist so eine Legacy von den Grünen, weil sie damit mal gestartet sind. Das wäre wahrscheinlich so, wie die AfD heutzutage angeht und sagt, du wirst du was, Europa finden wir aber ganz toll oder sowas. Das geht eben nicht, dass man das dann noch ändert, aber es ist natürlich völlig kontraproduktiv. Oder nehmen wir diese Geschichte, die wir im Augenblick haben mit verschiedenen Gesetzen, die uns eigentlich, sagen wir mal, ärmer machen, als wir müssten. Und hier machen sich die meisten Leute nicht klar, dass wenn wir unter einem enormen Kraftaufwand eine minimale Änderung herbeiführen, wir damit weltweit einen unglaublichen Schaden verursachen, weil wir nämlich das Geld, mit dem wir hier minimale Änderungen herbeiführen, an anderer Stelle viel effektiver hätten einsetzen können. Und schlimmer noch, wir es der Welt vormachen, wie man es nicht macht. Das heißt, die Welt guckt drauf und sagt, okay, also Deutschland ist arm geworden, dafür, dass die so ein Fitzelchen in der Nachkommastellchen gekriegt haben, dann war das wohl ein schlechter Weg. Er hat dumm gelaufen. Da sind wir nämlich danach arm und haben dem Klima einen absoluten Bärendienst erwiesen. Das ist eine Katastrophe. Und die Katastrophe ist, dass das eben unter dieser vermeintlichen Prämisse läuft, wir machen das Richtige für das Klima. Und das ärgert mich. Denn dass wir hier ein Problem haben, das ist auch eine Sache, bei der ich auch mal versuche, ist auch meinen Followern klarzumachen, dass ich sage, Leute, passt auf, das ist nicht so, dass sich einfach einer ausgedacht hat, sondern das, was die Leute wirklich stört, gerade unter meinen Followern, das ist eigentlich, dass es missbraucht wird, dass immer gesagt wird, weil wir CO2 sparen müssen, deshalb müssen wir, keine Ahnung, Sozialismus einführen. Ich sage das mal so ein bisschen überspitzt. Diese Kombination, die ist eine, die dazu führt, dass es in die falsche Richtung führt und die auch diese wahnsinnige Gegenbewegung ausgelöst hat. Vollkommen Bullshit. Und das sorgt eben dafür, nein, nicht sorgt dafür, sondern ist einfach die Folge davon, dass gerade die Partei, die sich am meisten dafür einsetzt, vordergründig, die ist, der der ganzen Mission am meisten schadet. Das spricht die Partei nicht aus. Wie könnte man das denn lösen? Weil letztendlich geht es ja auf der einen Seite um honorige Beweggründe, aber die Umsetzung ist ja genau das Gegenteil. Also, die Idee muss doch immer sein, dass wir die individuellen, kreativen Gedanken, die jeder Einzelne hat, den Antrieb, den jeder Einzelne hat, in eine richtige Richtung lenken. Und das ist beispielsweise bei so einer Sache wie CO2-Bepreisung und natürlich auch alle möglichen anderen Sachen, kaum da so etwas da ist, merken wir, dass Marktsignale andeuten, in welche Richtung man sich am meisten bewegen sollte und auf einmal reagieren die Leute eben auf die Anreize und setzen ihre Kreativität dafür ein, hier das richtige Ziel zu erreichen. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, das machen wir ja an vielen Stellen. Oft ist es ja so, dass wir Rahmenbedingungen vorgeben und beispielsweise Dinge mit Preisen versehen, indem wir einfach sagen, wir können eben nicht Sachen beliebig stark nutzen. Also, wir können nicht einfach wie ein Blöder, weiß ich nicht, Schadstoffe in die Umwelt rauspusten oder irgend sowas. Ist ja auch jetzt schon so. Sondern wir sagen, das muss eben entsorgt werden und damit hängt ein bestimmter Preis dran, der eben damit im Zusammenhang steht. Und diese Preissignale, das sind für meine Begriffe die Dinge, die wichtig sind und nicht die individuellen Vorgaben. Heutzutage denken sich sehr viele Politiker, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten ganz genau, welche Maßnahmen man ergreifen muss, zum Beispiel, um CO2 zu sparen. Aber das ist falsch, das wissen die nicht. Ansatzweise wissen sie das. Weil sie nicht drinstecken in der Sache, weil sie neue Technologien nicht berücksichtigen und so weiter. Und wenn sie hier einfach die Leute eben freilassen, aber diesem Ziel am Ende unterordnen, in dem Augenblick kriegt man auch eine Erreichung des Ziels. Warum berätst du die Politiker nicht? Ach, ich werde mich hüten. Denn ich habe keine Lust, am Ende in eine bestimmte Richtung reden zu müssen. Am Ende ist es doch so, dass ein Politiker, der von einem beraten werden möchte, der will doch keine ausgewogene Meinung hören. Der möchte doch wissenschaftliches, einen wissenschaftlichen Stempel kriegen, das ist schon richtig, wie du es gemacht hast. Und da habe ich keine Lust drauf. Ey, das finde ich natürlich schade, weil ich, viele Sachen, die verstehe ich ja auch nicht, beziehungsweise ich habe da ja auch keine Ahnung von. Weißt du, ich kümmere mich den ganzen Tag um Gesundheit und Medizin und diesen Content. Ich kann mir jetzt ja nicht Wärmepumpen reinziehen und mir überlegen, ja, ist das politisch eine gute Entscheidung oder nicht. Ich meine, bleiben wir mal gerade bei dieser Wärmepumpengeschichte. Ja, ist klar, das hat mich in letzter Zeit ein bisschen interessiert. Aber was doch hier gemacht wird, ist, wir haben ein Gesetz und dieses Gesetz schreibt haarklein, übrigens technisch schlecht gemacht, vor welcher Art von Heizungen eingebaut werden sollen. Das ist doch Quatsch. Also es ist doch klar, dass in großen Teilen des Gebäudebestandes, die wir über Jahrzehnte, vielleicht teilweise über Jahrhunderte hinwegziehen, völlig unterschiedliche Anforderungen bestehen. Und dass bei diesen Anforderungen man natürlich individuell darauf eingehen muss, was dort jeweils da ist. Es gibt natürlich einige Gebäude, bei denen die Wärmepumpen ideal sind. Es gibt andere Gebäude, bei denen sie funktionieren sie einfach nicht. So, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Und ein Gesetz soll doch einen Rahmen liefern. Das soll den Rahmen liefern innerhalb dessen, die Leute das Optimale für sich aussuchen können. Und wenn wir ein solches Gesetz hätten, dann würden wir eben wesentlich schneller in die richtige Richtung gehen. Jetzt haben wir sowieso bloß geschafft, dass alle Leute panisch geworden sind, funktionierende Gasheizungen rausgerissen haben und ersetzt haben, durch welche, die jetzt noch eine längere weitere Lebenszeit haben werden. Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es bei Heizungen genauso ist wie bei Waschmaschinen, aber ich habe mir letztens eine Waschmaschine gekauft und wollte da auch mal auf CO2 und Nachhaltigkeit und so schauen und dass sie effizient ist. Und so mein Fazit war, dass ich glaube schon die Anschaffung einer neuen Waschmaschine, bis sie sich rechnet, muss sie irgendwie 50 Jahre laufen oder so. War total hirnrissig. Vollkommener Schwachsinn, sich eine neue Waschmaschine anzuschaffen, weil die neue angeblich sparsamer ist. Das ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Vollkommener Quatsch, man muss die Dinger laufen lassen, solange sie überhaupt nur laufen. Und ganz ehrlich, eine 20 Jahre alte Miele nochmal 10 Jahre laufen zu lassen, ist wesentlich besser, sowohl für die Umwelt als auch für den Geldbeutel, als sie irgendein blödes Billigding zu kaufen, was dann sowieso noch wahrscheinlich in kürzerer Zeit kaputt geht und dann noch mit den Waschprogrammen schummelt, wo du beim 60 Grad Programm nur noch 40 Grad hast, weil es ja angeblich umweltschonend ist. Und dann lassen wir es übrigens durchgehen. So, okay, sorry, ich steigere mich dann was rein. Okay. Also, ich würde denken, ich habe jetzt noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, die meisten Leute sind sowieso schon raus, deswegen. Ach, mach doch zwei Teile draus. Okay. Wunderbar, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da und wenn ihr noch da seid, dann bestellt das Buch vorne. Ja, das ist immer eine gute Idee. Okay, super. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.